Klavierunterricht in Zeiten der Corona-Krise funktioniert nicht mehr hier am Flügel, sondern dafür haben wir hier zeitgemäßes Online-Equipment, als da wären eine Kamera, ein Mikrofon, ein schönes E-Piano mit einem Rechner, der eigens fürs Streamen via Skype oder andere Plattformen gedacht ist, ein Audio-Mischpult und was man sonst so für das Unterrichten via Skype beziehungsweise online braucht. Ich blende unten meine Skype-Adresse ein und freue mich über möglichst viele interessierte Klavierschüler. Macht's gut!